Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne wieder 30 unterschiedliche, kaum bekannte Online-Einkommenströme vorstellen. Es handelt sich hierbei um einen Zusammenschnitt aus den letzten Videos, die ich zu diesem Thema machte. Ich hatte ja hier auf diesem Kanal schon einige Videos zu diesem Thema abgedreht. Wenn du mehr solche Videos sehen möchtest, dann bitte lasse ein Like auf diesem Video da. Ich würde mich wirklich darüber freuen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann schreib sie gerne in die Kommentarsektion von diesem Video und ich werde mir mein Bestes geben, dir alles bald zu antworten. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß mit diesem Tutorial, in dem ich dir 30 kaum bekannte Online-Einkommenströme vorstellen werde. Fangen wir mal an mit dem ersten Einkommenstrom. Dieser nennt sich LinkedIn Learning. Früher hieß diese Plattform Linder und ich weiß noch ganz genau, als ich meine ersten Kurse publizierte, damals auf der Plattform Udemy, hatte ich auch vor, auf der Plattform Linder meine Kurse zu veröffentlichen. Irgendwie war das Ganze aber ein bisschen kompliziert. Man musste sich damals dort anmelden, musste praktisch auch dann von dieser Plattform angenommen werden. Es war auch eher eine Option für Leute, die bereits schon eine sehr große Brand hatten und für mich war das damals keine Option, weil ich wirklich noch ein damals, ja, 17-jähriger Typ war, der einfach Kurse im Internet publizierte und übrigens damals auch nicht mit besonders hoher Qualität. Und heute hat sich das Ganze ein bisschen gewandelt. Heute heißt diese Plattform LinkedIn Learning. Ich habe mir echt sein erst über ein Coaching in den letzten Tagen von dieser Plattform gehört und ich freue mich sehr, dass ich immer wieder auch durch meine Coachings auf neue, unterschiedliche Plattformen komme. und LinkedIn Learning an sich scheint eine sehr gute Option zu sein, auch für die Leute, die nicht nur Kurse auf Englisch unterrichten, sondern auch Kurse auf Deutsch unterrichten. Ob es nun zum Beispiel Kurse rund ums Thema, sag ich jetzt mal, Design ist, Photoshop, UI oder was auch immer. Es sind hier aber auch übrigens Kurse gefragt, wie zum Beispiel im Bereich Business Development, Programmierung, Marketing und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich hast du hier die Möglichkeit, jede Art von Kurs zu unterrichten und du hast die Möglichkeit, über diese Plattform Geld zu verdienen, wenn du halt gewillt bist, gute Kurse zu erstellen. Du musst dich hier wieder bei der Plattform anmelden, das heißt, du musst praktisch dich bewerben, um einen Platz hier auf der Plattform, was ich im Echtzeit ein bisschen unschön finde, was natürlich aber auch ein bisschen hier, sag ich jetzt mal, die Spreu vom Weizen trennt, nämlich die Leute, die wirklich gute Kurse unterrichten und die, sag ich jetzt mal, schon ein Portfolio an Kursen haben, haben es hier sehr viel einfacher aufgenommen zu werden, als Leute, die möglicherweise noch nie einen Kurs erstellt haben. Dann natürlich die nächste Plattform ist Lion Rocket. Lion Rocket ist eine Plattform, die, sag ich jetzt mal, nach dem, sag ich mal, Crowdfunding-Prinzip funktioniert, nämlich es handelt sich dabei um eine Plattform oder eine Möglichkeit, Geld in Projekte zu investieren. Es gibt unterschiedliche Plattformen in diesem Bereich, nämlich es gibt einmal die Plattform Green Rocket, es gibt dann auch die Plattform Home Rocket und es gibt die Plattform Lion Rocket. Green Rocket ist für grüne Projekte, Home Rocket ist für Immobilieninvestments und Lion Rocket ist, sag ich jetzt mal, eine Option, in etablierte Unternehmen zu investieren. Und diese Option finde ich persönlich sehr interessant und auch sehr spannend, einfach nur aus folgendem Grund, weil nämlich, wenn du in grüne Projekte investierst, du nie genau weißt, weil es meist Startups sind, ob du tatsächlich Geld damit machen wirst, also ob du dein Geld zurückbekommst. Bei, sag ich jetzt mal, Immobilienprojekten kann man sich schon sehr viel sicherer sein. Ich persönlich mag es aber auch ganz gerne, in, sag ich jetzt mal, etablierte Unternehmen zu investieren, weil ich dann zumindest weiß, diese Leute wissen, wie man Geld macht. Und Lion Rocket bietet dann eine Möglichkeit, in sogenannte patriarchische Nachrangdarlehen zu investieren und du kriegst meist hier, sag ich jetzt mal, eine Rendite von 5 bis 7 Prozent raus, manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Kann ich sehr empfehlen. Ich persönlich bin selbst auch bei Green Rocket derzeit investiert, werde aber auch einige, in einige Projekte investieren hinsichtlich Home Rocket und Lion Rocket und habe mir da so einige Plattformen oder beziehungsweise einige Firmen schon ausgeguckt. Dann die nächste Plattform nennt sich PROS. PROS ist eine Plattform, wo ich normalerweise eigentlich sehr empfehlen kann zu flippen. Flippen, für all die Leute, die es jetzt nicht wissen, ist einfach nur ein Prozess, wo ich eine Dienstleistung für sehr viel günstiges Geld outsource, wie als das Geld, sag ich jetzt mal, das ich bekommen habe, nämlich beispielsweise, wenn eine Person zu dir ankommt und sagt, ich hätte gerne ein Logo, sag ich jetzt mal, für 50 Euro und du kennst jemand anders, der macht es für 10, dann würdest du halt den Auftrag entgegennehmen für 50 Euro und würdest die andere Person den Auftrag machen lassen für 10 und hätte es halt, zack, in diesem Falle 40 Euro gemacht. Und bei PROS wird dasselbe Prinzip funktionieren, nämlich dann natürlich hinsichtlich Übersetzungen, nämlich du kannst hier noch Übersetzungsaufträge schauen, kannst dann dich für diese Aufträge bewerben und wenn du sie bekommst, kannst sie natürlich jederzeit von anderen Leuten machen lassen, also praktisch outsourcen und damit Geld verdienen. Oder wenn du selbst Übersetzer bist und du sagst, gut, ich spreche halt mehrere Sprachen, dann kannst du hier natürlich jederzeit auch auf die Plattform gehen und über die Plattform Geld verdienen. Einfach oben auf Find Work klicken, das sehen wir auch übrigens hier, einfach auf Find Work klicken, dort befinden sich haufenweise Aufträge, du brauchst dann hier einen Account, wo du praktisch auch ein wenig Geld pro Jahr zahlen musst, das sind ziemlich genau, glaube ich, 110 Dollar pro Jahr, also vielleicht ein 10er ungefähr im Monat und dann kannst du dich hier für Aufträge jederzeit bewerben und wenn du halt ein paar Aufträge bekommst, hast du das Geld schon auf jeden Fall raus und bei größeren Aufträgen kann es gut sein, dass du viele, viele hundert, wenn nicht sogar viele, viele tausend pro Auftrag verdienen wirst. Prost an sich ist so eine Plattform, wo ich jetzt sage, gut, da ist das so ein bisschen wie so ein Pyranja-Becken, du schmeißt ein bisschen was an Essen rein und auf einmal kommen die ganzen Pyranjas an und stürzen sich drauf und schlussendlich kriege ich dann vielleicht nur eine Pyranja, das bisschen Essen und genau wie gesagt, so ist es bei Prost, du hast halt hier sehr viel Konkurrenz, das muss man halt im Vorhinein sagen, wenn du dich auf Aufträge bewirbst, kann es gut sein, dass diese Leute dich nicht nehmen werden, weil einfach so viele andere Leute sich bewerben und sie schon vorher jemanden gewählt haben und genau deswegen bin ich immer ein großer Fan davon, tatsächlich, sobald die Aufträge reinkommen, tatsächlich auch eine Anfrage zu schicken und zu sagen, hey, ich würde gerne Ihren Auftrag abarbeiten, ich gebe Ihnen eine Bestpreis-Garantie, ich gebe dir halt ein sehr, sehr günstiges Angebot, da schickst du halt raus das Angebot und dann können sich die Leute entscheiden, sie kriegen aber nur das Angebot, wenn sie jetzt sofort Ja sagen. Hier ist wie gesagt immer, ja, der ganze Bereich Copywriting sehr entscheidend, nämlich, dass du praktisch eine ordentliche E-Mail aufsetzen kannst, dass du dich ordentlich ausdrücken kannst, dass du kommunizieren kannst mit Leuten und natürlich, dass du auch gut übersetzt. Prost, wie gesagt, ist eine Plattform, wo du sehr, sehr viel arbeiten wirst, wo du höchstwahrscheinlich jetzt nicht Zehntausende von Euro immer noch verdienen wirst, wo du aber auf jeden Fall schon mal, ja, vierstellig verdienen kannst, wenn du dich ordentlich anstrengst. Dann, die nächste Plattform nennt sich Transcribe.me. Transcribe.me ist sehr ähnlich zu diesen Plattformen wie GoTranscript oder auch Ref oder auch Gengo. Das sind vier unterschiedliche Plattformen, wo du Transkriptionen anbieten kannst und wo du dann mit Transkriptionen Geld verdienst. Transcribe.me ist sehr ähnlich zu GoTranscript. Du kriegst Aufträge, du kannst dir jede Zeit auch diese Aufträge nehmen und damit dann Geld verdienen. Wie ich das Ganze angehen würde, wäre einfach wie folgt, nämlich du kriegst dann praktisch wieder eine MP3-Datei. Diese MP3-Datei kannst du verwenden, um, sag ich jetzt mal, solltest du verwenden, um praktisch die Transkriptionen zu erstellen. Du nimmst diese MP3-Datei, gibst dir zum Beispiel, ja, weitere Personen und flippst das Ganze. Das heißt, die Person macht wirklich die Transkription oder du nimmst die MP3-Datei und erstellst die Transkriptionen selbst oder du nimmst die MP3-Datei und nutzt eine Diktierfunktion, um erstmal den Text so gut wie möglich aus Papier zu bekommen. Da bieten sich drei Softwares, sag ich jetzt mal an, nämlich du kannst jederzeit die Kostenfreiheit von Google nehmen, einfach ein Google-Dokument nehmen und dann FN auf deine Tastatur zweimal drücken und es beginnt die Diktierfunktion. Dasselbe ist es übrigens auch bei Apple. Das heißt, wenn du jetzt einen Apple-Computer hast, dann hat dieser Apple-Computer auch eine Diktierfunktion drin. Das müsste auch ein Doppelklick auf FN sein auf deiner Tastatur und du kannst natürlich auch jederzeit solche Softwares nehmen wie Dragon Dictation, um damit Transkriptionen anzufertigen. Das ist wie gesagt eine Option. Die Transkriptionen werden nicht perfekt sein. Du musst den dann halt bloß noch perfekt machen, weil diese Plattformen wirklich davon ausgehen, dass du perfekte Transkriptionen lieferst. Und dann natürlich die letzte Plattform, die ich dir auch nochmal empfehlen kann. Hier handelt es sich eher um ein Tool, ist SmugMug. Nämlich ich habe öfter mal schon auf diesem Kanal hier über Stockfotografie gesprochen und ich hatte gesagt, dass Stockfotografie an sich meines Erachtens nicht mehr besonders profitabel ist. Nämlich du wirst höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele Fotos erstellen müssen, um überhaupt erst bei 1000 Euro zu landen. Es kann gut sein, dass du 3000, 4000, 5000 Fotos brauchst, um 1000 Euro im Monat zu machen. Du musst diese Fotos, sag ich jetzt mal, auf unterschiedlichen Plattformen hochladen, musst die ganzen Keywords festlegen und das ist natürlich haufenweise Arbeit. Und eine eigene Infrastruktur aufzubauen in diesem Bereich meines Erachtens ist das A und O. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel Fotos online anbietest und du publizierst die über Shutterstock, über Dreamstime, über Getty Images und so weiter und so fort und du verdienst dort gutes Geld, kannst du natürlich auch jederzeit Folgendes machen. Du kannst dann andere Aufnahmen oder wenn du jetzt nicht so lange auf Getty Images publizierst, kannst du natürlich auch deine Fotos weiterhin auf diesem Shop hier dann verkaufen. Nämlich SmugMug erlaubt es dir, sag ich jetzt mal, einen Shop aufzubauen und mit diesem Shop kannst du dir dann nochmal deine eigenen Fotos verkaufen. Ist das Ganze so sinnvoll? Ja, da kannst du natürlich höhere Preise nehmen und kannst dementsprechend auch zum Beispiel an Firmen herantreten und kannst sagen, hey, hier ist ein Foto, für eine Lizenz zahlt ihr 500 Euro pro Foto. Das ist tatsächlich in diesem Bereich oft so. Eher die großen Plattformen verscherbeln, praktisch die Aufnahmen für zum Beispiel, weiß ich nicht, 5 Euro, 10 Euro oder was auch immer. Wenn du die über deine eigene Plattform anbietest und du hast tatsächlich Firmenkontakte, 100, wenn nicht sogar mehrere Tausend für eine einzige Bild-Lizenz zahlen, obwohl mehrere Tausend höchst unwahrscheinlich sind, mehrere Hundert sind dementsprechend eher wahrscheinlicher. SmugMug an sich ist wie gesagt eine Shop-Lösung, das heißt, du bietest hier deine eigenen Fotos an, es werden einige Dinge übernommen, Rechnungserstellung und so weiter und so fort, müsstest du dir einfach mal alles nochmal kurz nachschauen, aber an sich, soweit ich weiß, wird da die Rechnungserstellung von SmugMug übernommen, das heißt, du kümmerst dich einfach nur darum, dass du halt Kunden bekommst und das meiste wird dann halt SmugMug für dich regeln. Das ist auf jeden Fall ein Tool, das ich euch empfehlen kann. Ich kenne einige Leute, weil ich auch relativ viele Leute tatsächlich im Bereich Stock-Fotografie nicht unbedingt coache, sondern eher begleite auf ihrem Weg. Diese Leute haben auch zum Beispiel einen eigenen Shop erstellt und viele haben mich dann auf SmugMug hingewiesen, weil es auf jeden Fall eine Option ist, ja, einen Shop aufzubauen und nicht unbedingt das Ganze über Shopify oder Ähnliches zu machen, weil Shopify nicht unbedingt dazu da ist, um Fotos zu verkaufen. SmugMug ist dafür da. Genau, das waren also nun die Einkommensströme. SmugMug auf jeden Fall sehr interessant. Transcribe.me würde ich eigentlich nur nutzen, wenn du halt weitere Plattformen hast, wo du darüber Geld verdienst, zum Beispiel, ja, Plattformen wie zum Beispiel Fiverr oder Upwork oder Guru oder WorkCanner oder zum Beispiel im Transkriptionsbereich könnte das Ref sein oder es könnte Gengo sein oder es könnte GoTranscript sein. Dann würde ich halt hier auf jeden Fall im Jahr nochmal einen Account erstellen, dass du also auf mehreren Plattformen die Möglichkeit hast, nach Jobs zu suchen und diese halt hintereinander abzuarbeiten. Es ist grundsätzlich empfehlenswert, auf solchen Plattformen meines Erachtens nur zu arbeiten, wenn du halt Geld brauchst. Nämlich, wenn du dir tatsächlich ordentliches Einkommen aufbauen möchtest, würde ich nach Einnahmequellen suchen, wo du dann halt auch Passivgeld verdienen kannst und wo du auch vielleicht mehr Geld pro Stunde bekommst. Nämlich, du wirst hier höchstwahrscheinlich nicht mehr als so maximal vielleicht 20, 30 Dollar pro Stunde bekommen. Ich gehe eher davon aus, dass du ungefähr zwischen 10 bis 20 Dollar pro Stunde bekommen wirst. Nochmal, das sind keine Euro, das sind Dollar. Das heißt, wir gehen davon aus, dass du vielleicht hier ungefähr zwischen 7 und 15 Euro pro Stunde verdienst. Ist nicht besonders viel. Genau deswegen würde ich solche Plattformen nicht unbedingt als Haupteinnahmequelle dir empfehlen, außer du lebst jetzt vielleicht in einem Land, wo du wirklich nicht besonders viel Geld brauchst. Zum Beispiel sehr viele Leute in Indien, sagen wir mal, zum Beispiel meine Familie kommt ja auch aus Indien, die jetzt nicht unbedingt besonders viel Geld in Indien brauchen, vielleicht 500 Euro im Monat. Die können natürlich auf solchen Plattformen hier wirklich gute Gewinne erzielen und wenn die zum Beispiel 1000 Euro im Monat machen, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Einnahmequelle und vor allen Dingen verdienen sie auch sehr viel mehr Geld, als sie normalerweise vielleicht in ihrem erlernten Job verdienen würden. Für solche Leute ist natürlich das Internet eine absolut tolle Option. Und sonst, natürlich solche Plattformen hier wie Prost, dort kannst du natürlich auch deine Dienstleistung anbieten, auch in Kombi, mit zum Beispiel solchen Plattformen wie Transcribe.me, Fiverr, GoTranscript, Guru, People Per Hour und so weiter und so fort. Einfach deine Accounts auf mehreren Plattformen erstellen, durchgehend nach Jobs suchen und vielleicht kriegst du halt einen Job pro Tag auf Fiverr, einen auf, sag ich jetzt mal, GoTranscript, einen auf Transcribe.me und so weiter und so fort und dann hast du halt, indem du diese Arbeiten erliest, auf einmal am Tag 70, 80 Euro hast und hast dann vielleicht im Monat vielleicht 2500 Euro verdienst. Das wäre natürlich super. Sonst zu investieren ist grundsätzlich nie schlecht. Achte einfach darauf, dass du halt nicht Geld investierst, dass du nicht verlieren kannst, nämlich du kannst hier auch 100% von deinem Geld verlieren. Das ist tatsächlich möglich. Ist bisher bei mir noch nicht vorgekommen, kann aber passieren. Deswegen investiere wirklich nur das Geld, das du hast und dann sonst noch solche Plattformen wie LinkedIn Learning, wenn du deine Kurse bereits auf Udemy anbietest oder Skillshare oder wo auch immer und deine Kurse sind zum Beispiel nicht im Udemy for Business Programm, wo man ja derzeit eine Exklusivitätsklausel hat, sondern sind vielleicht nur auf Udemy, dann würde ich dir jetzt Tipp geben, deine Kurse auch nochmal über solche Plattformen wie LinkedIn Learning zu publizieren. Das ist meines Erachtens nie eine schlechte Idee und damit schaffst du es natürlich auch, deine Einnahmen nochmal zu erhöhen, obwohl du halt gar nicht neue Produkte erstellt hast, sondern diese Produkte einfach nur auf weiteren Plattformen publiziert hast. Genau, wenn du dich in meinen Geldverdienenden Internetkurs einschreiben möchtest, dann schau wie gesagt gerne mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich der Link zu diesem Kurs für gerade mal 9,99 Euro. Das ist ein limitiertes Angebot. Würde mich also sehr freuen, wenn du dich einschreiben könntest. Sonst war es das hier für dieses Video. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bitte abonnier diesen Kanal und ich hoffe natürlich, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne wieder 5 unterschiedliche, kaum bekannte Online-Einkommenströme vorstellen. Es soll hier in diesem Video mal wieder um einige vielleicht etwas kreativere Ideen gehen. Es soll aber auch hier in diesem Video mal wieder ums Thema Investment gehen. Das heißt, wie du nicht nur dein Geld verdienen kannst, sondern auch wie du dein Geld vermehren kannst. Übrigens, wenn du mehr über das Thema Geld verdienen lernen möchtest, dann schau auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich mein Geld im Internet verdienen Meisterkurs. Einen 6,5 Stunden langen Kurs, wo ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du dir Online-Einkommenströme aufbauen kannst. Ich persönlich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, sich nur einen einzigen Einkommenströme aufzubauen, sondern mehrere Einkommenströme sich aufzubauen. Und in diesem Kurs zeige ich dir, wie du dir bis zu 25 unterschiedliche Einkommenströme aufbauen kannst. Von einem Online-Kurs-Business über ein Kindle-Business, über Icons, T-Shirts und so weiter und so fort. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dich einschreiben könntest. Diesen Kurs kriegst du jetzt für gerade mal 9,99 Euro über den Link in der Videobeschreibung. Aber gut, fangen wir mit dem ersten Einkommenströmen an. Einkommenströme an und dieser nennt sich Afternic. Afternic ist eine Plattform, wo du Domains ein- und wieder verkaufen kannst. Das heißt, es handelt sich hierbei um eine Domain-Flipping-Plattform. Für alle Leute, die jetzt nicht wissen, was Domain-Flipping ist, du kaufst beispielsweise eine Domain ein, sagen wir jetzt mal leonchotari.com und vielleicht gibt es hier eine Person, wie zum Beispiel mich, Leon Chotari, die Interesse daran hat und die dafür mehr Geld zahlt, als du ausgegeben hast. Beispielsweise kaufst du dir diese Domain für, sagen wir mal, 20 Euro im Jahr oder kaufst du sie für einen einmaligen Preis und ich möchte dann diese Domain haben und sage, hm, wie viel willst du denn dafür und du könntest mir ein Angebot machen, sagen wir mal 500 Euro und wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich diese Domain haben wollen würde, dann natürlich würde ich dir vielleicht 500 Euro zahlen. Wenn du beispielsweise aber sehr viel größere Namen in Anführungsstrichen hast, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, du hast deine eigene Domain und diese Domain, die du gekauft hast, heißt, sagen wir mal, fußballschuhe.de. Das ist natürlich eine sehr gute Domain, weil sehr viele Leute höchstwahrscheinlich so eine Domain haben wollen, um beispielsweise einen Shop aufzubauen, um Fußballschuhe zu verkaufen. Dann werden sicherlich Leute dir ein paar hundert, wenn ich so ein paar tausend Euro für solch ein Domain zahlen. Bei anderen Domains, wo es dann wirklich mal so um wirklich wichtige Begriffe geht oder sage ich jetzt mal, sehr, sehr interessante Domains, die halt nur einen einzigen Begriff haben, wie zum Beispiel pizza.com oder sagen wir mal essen.com oder feuerwehr.com oder was auch immer, diese Domains können natürlich extrem viel Geld einbringen und wir sprechen hier nicht nur über ein paar tausend Euro, sondern Millionen von Millionen von Euro. Das heißt, die Leute, die am Anfang des Internets, sage ich jetzt mal, diese Domains eingekauft haben und dann lange gehalten haben, wie zum Beispiel erst vor ein paar Wochen, wo die Domain pizza.com verkauft und ich glaube, pizza.com wurde für zwei oder vier Millionen Euro verkauft oder Dollar verkauft. Das ist natürlich ein ziemlich gutes Investment, wenn man es mal durchrechnet. Genau, Afternic ist eine Plattform, wo du das Ganze machen kannst. Du kannst hierüber direkt Domains flippen. Ich bin im Echtzsein kein großer Fan von Domain Flipping, weil du ja immer einen Kunden brauchst. Du brauchst immer, sage ich jetzt mal, jemanden, der tatsächlich auch diese Domain wieder abnimmt und du hast Kosten, die im Prozess entstehen. Wenn du Geld über hast und du hast vielleicht eine super tolle Domain, die dir eingefallen ist und du möchtest diese Domain halten, beziehungsweise glaubst, dass diese in der Zukunft sehr profitabel sein könnte, dann kauf sie vielleicht ein. Wenn du jetzt sagst, okay, ich kenne mich mit der ganzen Sache nicht aus, dann mach es auch nicht. Der nächste Einkommensstrom, den ich dir vorstellen möchte, nennt sich Bergfürst. Bergfürst ist eine Plattform, wo du auch wieder in Crowdfunding-Projekte investieren kannst, vor allen Dingen zum Beispiel halt in Immobilien-Projekte und wir sehen hier auch auf der Startseite, dass du beispielsweise 5 bis 7,5% Zinsen per annum bekommen kannst. Das ist natürlich wirklich viel. Nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, du investierst hier 10.000 Euro, dann kriegst du hier sowas von wie 500 bis 750 Euro im Jahr raus und nehmen wir zum Beispiel an, du würdest jetzt hier noch mehr Geld investieren, sagen wir mal 100.000, das ist natürlich 5.000 bis 7.500 Euro pro Jahr auf ein 100.000 Euro Investment. Wenn ich das vergleiche mit Festgeld oder ähnlichen Optionen, ist das natürlich eine sehr, sehr gute Rendite, die wir hier generieren und ein sehr guter Zinssatz an sich, kann ich dir jetzt schon mal sagen, Bergfürst ist eine relativ vertrauenswürdige Plattform, ist vergleichbar mit solchen Plattformen wie zum Beispiel Home Rocket und du investierst dann hier in unterschiedliche Immobilien-Projekte, zum Beispiel halt, ja, in Österreich. Bergfürst ist eine Plattform, wo ich zum Beispiel auch früher investieren wollte, ich habe um echt sein auch mal investiert, mein Geld investiert, habe es aber auch wieder rausgenommen, du kannst hier in Projekte investieren, die zum Beispiel für, sagen wir mal, drei Jahre laufen, für fünf Jahre laufen, für zehn Jahre laufen und so weiter und so fort. Dann die nächste Plattform, die ich dir vorstellen möchte, ist diese hier, namens Bondora. Bondora ist eine sogenannte Peer-to-Peer-Plattform, das heißt, du verdienst hier dadurch Geld, dass du anderen Leuten dein Geld gibst und an sich, viele Leute fragen mich immer, warum man überhaupt denn so einen hohen Zinssatz nimmt. Ich habe Peer-to-Peer, es ist ja oft so, dass du beispielsweise eine Rendite von, sagen wir mal, 15% oder 10% oder 20% bekommst und das setzt dir natürlich voraus, das unter Personen, die auch so einen hohen Zinssatz gibt. Das heißt, ein Zinssatz von 30, 40, 50% und natürlich machen das wirklich nur Leute, die A, keine Kredite mehr bekommen oder B, die halt wirklich in einem Land leben, wo es kein gutes Bankensystem gibt, kein gutes Netz, wo möglicherweise, ja, die jetzt unbedingt einen Kredit brauchen oder vielleicht auch einfach, weil sie diese Optionen bei der Bank nicht kennen, you never know. Ich glaube einfach, dass die meisten Leute, die halt hier tatsächlich Kredite aufnehmen, vielleicht, ja, relativ verzweifelt sind und sich denken, naja, 30%, das ist noch in Ordnung, weil ich ja sowieso keinen Kredit mehr von der Bank bekomme. So, an sich Bondora ist halt eine Option, die sehr sinnvoll ist. Du kannst natürlich auch jederzeit Peer-to-Peer-Kredite vergeben über Plattformen wie Mintos oder zum Beispiel Landing Club. Da gibt es sehr, sehr viele Optionen. Dein nächster Einkommensstrom ist Cameo. Ich denke, viele von euch haben vielleicht schon mal von Cameo gehört. Du kannst dir dort Shoutouts kaufen, nämlich du kannst beispielsweise hier einen Star in Anführungsstrichen anschreiben und kannst sagen, hey, mach mal einen Shoutout. Da gibt es zum Beispiel relativ große Künstler drauf. Da sind auch zum Beispiel Leute drauf wie Wesley Slipes oder zum Beispiel Caitlyn Jenner oder da sind auch irgendwelche YouTuber früher immer drauf gewesen wie Jake Paul, Musiker, aus allen möglichen Bereichen und du kannst halt hier wirklich dir Shoutouts von in Anführungsstrichen berühmten Leuten kaufen und das Interessante ist, dass Cameo sich jetzt geöffnet hat für jeden. Das heißt, jeder kann eigentlich hier über die Plattform Shoutouts anbieten. Das heißt, wenn du hier ein bisschen zumindest an Reichweite hast, kannst du Cameo anschreiben. Da gibt es ein offizielles Bewerbungsformular und kannst halt sagen, hey, ich habe ein bisschen Reichweite, ich würde dir gerne meine Shoutouts anbieten, ich kann davon bestimmt ein paar hunderte im Monat verkaufen und dann nehmen sie dich auf und du kannst halt hier über die Plattform jederzeit deine eigenen Shoutouts verkaufen. An sich Cameo ist halt meines Erachtens ein absolut geniales Businessmodell, weil die Plattform an sich kriegt ja ein paar Prozent ab von dem, was du hier verkaufst und vor allen Dingen, ich glaube, das ist noch viel wichtiger, sie liefern dir halt ordentlich Reichweite. Du bist halt echt neben Personen wie zum Beispiel Wesley Snipes, du bist neben Personen wie auch zum Beispiel Charlie Sheen oder zum Beispiel Malfoy von Harry Potter, da sind alle möglichen Leute drauf und die bringen natürlich auch ganz schön Traffic auf die Plattform und es kann natürlich auch gut sein, dass du dadurch ein bisschen Traffic bekommst, aber du solltest natürlich auch irgendwie bekannt sein, damit Leute überhaupt bei dir deine Shoutouts buchen. Zum Beispiel in meinem Falle, ich würde jetzt sagen, dass ich nicht bekannt genug bin, um hier Shoutouts zu verkaufen, ich könnte sicherlich probieren, irgendwelche Shoutouts an euch zu verkaufen, aber das würde sich, denke ich mal, nicht lohnen und es würde dann vielleicht auch ein bisschen geldgierig wirken. Wenn du aber eine größere Brand hast, zum Beispiel einen großen YouTube-Kanal oder ähnliches, dann vielleicht macht es sogar hier schon Sinn, seine Shoutouts anzubieten. Und danach haben wir nochmal die Plattform Exchange Marketplace, hier kannst du fertige Shopify-Businesses, Shopify-Stores kaufen, ist an sich ein, finde ich, ganz interessantes System, nämlich wenn du dich tatsächlich mit Shopify-Stores auskennst und du weißt, sag ich jetzt mal, wie man in Shopify-Stores skaliert, dann ist es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht zu sagen, gut, ich kaufe mir halt einen Shopify-Store, der schon ordentlich aufgebaut ist, wo die ganzen Apps und so weiter schon installiert sind, weil ich selbst nicht jetzt ein paar Stunden da rein investieren möchte, gebe dafür vielleicht 500 Dollar aus und dann habe ich einen Store, der halt wirklich schon fertig ist, wo mir vielleicht auch die Idee gefällt und den kann ich dann skalieren oder du machst es halt wie gesagt so, dass du hier sehr große Shops kaufst, die bereits sehr gutes Geld abwerfen, da bist du aber schnell bei vielen, vielen 10.000, wenn nicht sogar 100.000 Euro dabei und dann kannst du hier über die Plattform natürlich, wenn du diese Shops dir kaufst, auch Gewinne generieren, indem du dann diesen Shop weiterführst und hoffentlich dann auch für diesen Shop weiter oder mehr Traffic generierst. An sich lohnt sich das Ganze natürlich nur, wenn du Erfahrung hast mit Shopify, wenn du dich noch nicht damit auskennst und du hast keine Ahnung, wie man einen Shopify-Store aufbaut, dann würde ich dir keinesfalls empfehlen, über den Exchange irgendwelche Shops zu kaufen. Es ist an sich natürlich auch immer so eine Sache, nämlich wenn beispielsweise ein Shop nur für 2-3 Monate existiert hat und da generiert ein paar Sales, dann kann es vielleicht sein, dass jemand da haufenweise Facebook-Ads draufgejagt hat und dann damit Sales generiert hat und sagt, so das Ding macht 5.000 im Monat oder aber eigentlich macht es das gar nicht, weil halt wie gesagt du nicht die Ads geschaltet hast und diese Person hat möglicherweise Ads geschaltet und deswegen so viele Sales generiert. Das heißt hier immer ein bisschen vorsichtig sein, ich würde es wirklich nur tun, wenn du tatsächlich viel Ahnung von Shopify hast und mit Shopify auch schon Erfahrung hast. Genau, das war nun hier die Einkommensströbe, nämlich an sich Cameo, finde ich ganz interessant, musste aber eine ordentliche Brand aufgebaut haben. Dann natürlich Bondora, wirklich du kannst hier auch dein ganzes Geld verlieren, deswegen sei dir sicher, dass du wirklich hier nur Geld investierst, das du auch hast. Sonst solche Plattformen wie zum Beispiel Bergfürst bieten sich natürlich an, wenn du in Kombination mit anderen Plattformen, sage ich jetzt mal, Investments tätigst, zum Beispiel auf solchen Plattformen wie Home Rocket, Green Rocket oder zum Beispiel auch Lion Rocket, die hatte ich ja schon mal in meinen anderen Videos vorgestellt. Es sind natürlich alles alternative Investments, wo du sehr hohe Zinse bekommen kannst, wo du aber natürlich auch dein gesamtes Geld verlieren kannst, deswegen auch hier, bitte investiere nur das Geld, das du tatsächlich auch hast, weil es kann natürlich immer gut sein, dass du Geld investierst, das dann einfach nicht zurückkommt. Und ich würde vor allen Dingen dir auch vorschlagen, eine diversifizierte Anlagestrategie zu haben, das heißt nicht dein gesamtes Geld in solche Plattformen wie Bergfürst zu stecken, zum Beispiel einfach hier, sagen wir mal, wenn du 100.000 Euro hast, 2.000 Bergfürst, 2.000 Home Rocket, 2.000 Green Rocket, 2.000 in Lion Rocket, dann vielleicht nochmal 10.000 Aktienportfolio, vielleicht 1.000 in Krypto, 2.000 in Reits und so weiter und so fort, dass du halt wirklich, wirklich diversifiziert bist. Ich würde grundsätzlich nie eine Position größer haben als 10% meines Portfolios, ich habe es sogar tatsächlich derzeit so gemanagt, dass meine Positionen nie größer als 5% sind, ich werde aber höchstwahrscheinlich meine Aktienportfolio größer werden lassen. Und sonst natürlich solche Plattformen wie Afterdick, wo du halt jederzeit Domains einkaufen kannst, können profitabel sein, wenn du dich ein bisschen damit auskennst, was du tust. Aber gut, das war es dann und hier für dieses Video, wenn du dich über Geld verdienen im Internetmeisterkurs einschreiben möchtest, dann schau doch gerne mal in die Videobeschreibung. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnieren könntest und falls du Fragen hast, dann schreib sie gerne in die Videosektion beziehungsweise in die Kommentarsektion von diesem Video. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem oder anderen Videos wiedersehen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne wieder 5 unterschiedliche, kaum bekannte Online-Einkommensströme vorstellen. Es soll hier in diesem Video mal um ein paar wirklich kreative Einkommensströme gehen. Ich möchte dir zeigen, wie du deine Freelancing-Dienstleistungen online anbietest und vor allen Dingen, wie du auch auf wiederkehrender Basis Geld verdienen kannst. Und da werden wir über eine Plattform namens GrowthGeeks sprechen. Aber vorher natürlich nochmal die obligatorische Werbung. Wenn ihr euch in meinen Geld im Internetverdienen-Kurs einschreiben möchtet, dann geht gerne in die Videobeschreibung. Dort befindet sich einen Link zu diesem Kurs. Ich kann euch den Kurs wirklich nur empfehlen. Es ist der meistverkaufte Kurs auf Udemy rund ums Thema Geld verdienen. Ich zeige dir in diesem Kurs, wie du mehr als 25 Online-Einkommensströme aufbaust. Ich zeige dir mein gesamtes Geschäftsmodell. Zeige dir Schritt für Schritt, wie du beispielsweise Businesses aufbaust, wie ein Kindle-Business, ein T-Shirt-Business, ein Online-Kurs-Business. Wir sprechen über Freelancing und so weiter und so fort. Das heißt, für 9,99 Euro kriegst du 6,5 Stunden Content. Da ist alles drin, was du brauchst. Und vor allen Dingen kannst du mir auch jederzeit Fragen stellen. Und ja, das ist auch, wie gesagt, alles in 9,99 Euro drin. Da kommen keine weiteren Kosten hinzu. Würde mich also sehr, sehr freuen, wenn du dich in den Kurs einschreiben könntest. Der Link zum Kurs befindet sich in der Videobeschreibung. Aber fangen wir doch mal an mit der ersten Plattform und diese nennt sich Clarity.fm. Ich denke, viele von euch werden sicherlich schon mal davon geträumt haben, einfach eure Tipps weitergeben zu können und dafür Geld zu kriegen. Zum Beispiel in meinem Fall ist es ja so, dass sich sehr viele Coaching-Kandidaten haben. Ich habe normalerweise sowas wie 3-5 Coaching-Kandidaten pro Tag. Das heißt, ich coache ungefähr 3-5 Stunden pro Tag und das ist halt eine wirklich gute Einnahmequelle, die ich da jeden Tag habe. Bloß ist es natürlich auch super, wenn ich einfach Fragen beantworten kann. Nämlich wenn beispielsweise eine Person mich etwas fragt über diese Plattform Clarity.fm und ich gebe dieser Person eine Antwort, dann kriege ich für diese Antwort Geld. Zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, wie viele Antworten ich via E-Mail gebe oder auf meinem YouTube-Kanal oder auf Facebook oder wo auch immer, dann ist das natürlich nicht unbedingt verschwendete Zeit, weil es mit Brand aufbaut. Bloß hier könnte ich diese Zeit, die ich verwende, um Fragen zu beantworten, auch nochmal sehr viel effektiver nutzen und dafür Geld verdienen. Nämlich hier ist es so, wenn du ein Startup hast und du bist erfolgreich, kannst du hier jede Zeit Leute coachen, die halt in diesem Bereich durchstarten wollen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein junger Gründer zu dir kommt und auf dieser Plattform sagt, hey Leon, ich würde einfach gerne mal wissen, wie du das und das und das getätigt hast, dann kann zum Beispiel diese Person mir eine Frage stellen und ich beantworte diese Frage und erhalte dann für diese Frage Geld beziehungsweise für diese Antwort Geld. Und Clarity.fm ist so eine Plattform, die ich persönlich diesbezüglich sehr empfehlen kann. Es gibt jetzt im deutschsprachigen Bereich auch einige Plattformen, die dort derzeit erwachsen sind, bloß ich weiß, dass diese Plattformen bisher den Leuten meist nicht Geld abwerfen, sondern eher nur dazu da sind, Brand aufzubauen. Hier wie gesagt ist das Schöne, dass du direkt mit deinen Antworten Geld verdienen kannst und es ist eine von den wenigen Plattformen, wo ich wirklich weiß, dass Leute hier schon Geld verdienen können. Dann die nächste Plattform, die ich dir empfehlen kann, ist Pond5. Pond5 ist eine Plattform, wo du jede Zeit deine Stockfotos beispielsweise anbieten kannst. Nämlich hier ist es so, dass du beispielsweise dein eigenes Portfolio erstellst, indem du Stockfotos, Designs und so weiter sofort fort hochlädst. Hier gibt es mehrere Optionen, nämlich du kannst zum einen natürlich Fotos hochladen, du kannst aber auch Videos hochladen, du kannst Musik hochladen, du kannst Motion Graphics hochladen und damit halt Geld verdienen. Nämlich wenn du auf die Plattform gehst, Pond5.com, scrollst du einfach nach unten, dann steht da unten Verkaufe deine Werke und du kannst dann, wenn du auf Verkaufe deine Werke klickst, jederzeit deine Produkte hier über die Plattform verkaufen. Dann ist auf jeden Fall eine weitere interessante Einnahmequelle, nämlich wenn du beispielsweise schon ein Portfolio auf Plattformen hast wie Shutterstock oder Getty Images oder was weiß ich wo, dann kannst du hier natürlich jederzeit deine Designs auch nochmal hochladen. Soweit ich weiß, ist die Plattform nicht dafür da, zum Beispiel Icons zu verkaufen. Das würde sich also nicht im Bereich Icon Business lohnen, würde sich aber auf jeden Fall lohnen für all die Personen, die zum Beispiel ein Stockportfolio haben oder vielleicht schöne Videos von bestimmten Orten gemacht haben. Dann die nächste Plattform nennt sich Scripted. Scripted ist eine Plattform, wo du praktisch Copywriter und Freelancers hast die praktisch für dich tollen Content schreiben, nämlich Scripted an sich ja, sag ich jetzt mal, ist eine Option, wie du halt mehr Leute erreichen kannst mit deinem Copywriting Content beziehungsweise halt deinem Freelancing Writing Content. Das heißt, wenn du beispielsweise Werbetexte schreibst oder wenn du Artikel schreibst oder was auch immer, dann hast du hier jederzeit die Möglichkeit, deine Dienstleistungen anzubieten und dann suchen wir praktisch Firmen auf der Plattform nach Freelancern wie dir, stellen dich an und du erhältst dann für diese Aufträge Geld. Es kann gut sein, dass du beispielsweise Copywriting für Online-Shops betreibst oder für eine Webseite grundsätzlich. Es könnte auch zum Beispiel ein Blog sein, es könnte ein, ja, sag ich jetzt mal ein Newspaper sein, ein Online-Newspaper, es könnte eine große Zeitung sein. Es gibt immer, immer viele da Möglichkeiten und Scripted ist halt eine Möglichkeit, wie du an diese Kunden überhaupt jetzt rankommst. Scripted an sich ist halt für jede Person interessant, die bloggt. Ich würde dir grundsätzlich vorschlagen, nicht nur auf einer Plattform zu sein, sondern halt auf mehreren Plattformen deine Dienstleistungen anzubieten. Zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich bin noch Scripted, dann vielleicht biete auch deine Dienstleistungen noch an auf Blogmission oder schreibe Artikel auf Medium oder baue deine eigene Webseite auf und versuche dir die Webseite, sag ich jetzt mal, SEO-technisch zu optimieren, versuche Affiliate-Links unterzubringen, versuche eigene Produkte zu erstellen, Tripwire-Produkte zu haben und so weiter und so fort, um praktisch deinen Blog zu monetarisieren oder zumindest dafür zu sorgen, Reichweite aufzubauen und wenn du halt dennoch die Möglichkeit hast und Zeit hast, würde ich dir auf jeden Fall Scripted empfehlen, weil du dort, wie gesagt, nochmal in weitere Aufträge rankommen kannst. Dann, die nächste Plattform nennt sich TopTal und ich bin nun echt dann sehr glücklich, dass ich auf diese Plattform gestoßen bin, weil normalerweise bin ich immer, ja, also sagen wir es mal so, ich mag Plattformen wie zum Beispiel Upwork und Fiverr sehr gern und ich denke, es ist eine tolle Einnahmequelle, bloß du hast natürlich auch sehr viele Leute, wenn ich jetzt das Ganze mal umdrehe und als Konsumenten mir das Ganze anschaue, du hast natürlich sehr viele Leute auf diesen Plattformen, die dir nicht besonders gute Dienstleistungen wahrscheinlich geben werden beziehungsweise die werden die Produkte, die sie dir schicken, nicht ordnungsgemäß abliefern. Das kann zum Beispiel sein, weil sie vielleicht ein Plagiat geschrieben haben bei dem E-Book, es kann sein, dass sie irgendwelche Designs verwendet haben, die sie nicht hätten verwenden dürfen und so weiter und so fort. Und TopTal ist da praktisch eine Alternative zu, nämlich bei TopTal ist es so, dass du jetzt hier jederzeit deine Dienstleistung anbieten kannst, bloß du musst halt richtig, richtig gut sein. Deswegen sagen sie auch hier, hire the top 3% of Freelance Talent, das heißt, wenn du richtig guter Freelancer bist, dann lassen sie dich hier zu, du musst ein tolles Portfolio hochladen, sonst geht da gar nichts und für mich natürlich als eine Person, die Leute anstellt, ist es natürlich auch toll, so eine Plattform hier zu haben. Aber hier ist die große Ausnahme, es geht hier vor allen Dingen um Developers, das heißt zum Beispiel Leute, die halt programmieren können, hier gibt es auch ein paar Stellen noch für Designers, das heißt zum Beispiel, die sich sehr gut auskennen mit Mediendesign oder ähnlichem, sonst natürlich Finance, Product Managers und Project Managers, das heißt, wenn du beispielsweise auch schon Erfahrung hast, sagen wir mal als Project Manager oder Project Manager bei Uber oder was auch immer bei größeren Firmen, dann kommst du hier relativ schnell rein, wenn du jetzt bei sehr kleinen Firmen gearbeitet hast oder möglicherweise noch gar keine Erfahrung hast, wie bei Fiverr oder Upwork oder wo auch immer, dann wirst du hier höchstwahrscheinlich nicht aufgenommen. Ist wie eine Plattform, die in Amerika sitzt, kann ich dir aber eigentlich sehr empfehlen, viele große Firmen vertrauen auf die Plattform und wenn du wirklich gut bist und dich von der Masse abhebst, dann wieso nicht hier Dienstleistungen anbieten. Genau, Toptal würde ich aber auch wieder nur anbieten oder würde ich mich nur registrieren, wenn ich halt auch auf weiteren Plattformen Geld verdiene, da ist es gar nicht schlecht zu sagen, gut, ich biete meine Dienstleistungen auf Toptal an oder hoffentlich werde ich angenommen und ich habe meine Dienstleistungen dann nochmal angeboten auf Upwork oder zum Beispiel auf Fiverr oder zum Beispiel auf Guru, People per Hour, Workcanner und so weiter und so fort, da gibt es hier haufenweise Plattformen und du solltest es halt nicht als deine Nummer 1 Einnahmequelle sehen, vielleicht wird es das, aber du solltest es nicht als deine Nummer 1 Einnahmequelle sehen, weil du niemals weißt, ob du tatsächlich eines Tages mal hier genug Geld verdienen wirst, um tatsächlich davon leben zu können und vor allen Dingen, du weißt auch nie, wenn eines Tages mal die Aufträge weg sind oder die Plattform nicht mehr existiert, was dann ist, es ist immer gut, mehrere Einnahmequellen zu haben in diesem Bereich, um wirklich sicher gehen zu können, dass du deine Miete und so weiter und so fort bezahlen kannst. Nochmal, TopTile ist eine persönliche Empfehlung von mir, kann ich wie gesagt, ja, euch nur vorschlagen. Dann die letzte Plattform nennt sich GrowthGeeks. GrowthGeeks ist eine Plattform, die sehr, sehr interessant ist meines Erachtens und die ich selbst mal ausprobieren werde. Nämlich, ich muss euch eigentlich zugeben, viele von den Plattformen, die ich euch hier vorstelle, da habe ich Freunde, die beispielsweise auf diesen Plattformen arbeiten, die dort Geld verdienen, bei vielen Plattformen, die beobachte ich seit langer, langer Zeit, aber GrowthGeeks ist tatsächlich so eine Plattform, die ich jetzt erst gefunden habe, die ich aber extrem interessant finde für mein eigenes Business. Nämlich, bei GrowthGeeks ist es so, dass du dich monatlich bezahlen lassen kannst für deine Online-Marketing-Dienstleistung. Das heißt, beispielsweise, wenn jetzt eine Firma, sag ich jetzt mal, von dir Dienstleistung möchte, im Sinne von, du übernimmst, sagen wir mal, deren Facebook-Marketing oder grundsätzlich Social-Media-Marketing oder du schaltest für die Google-Ads oder was auch immer, dann können diese dich auf monatlicher Basis hier bezahlen. Das heißt, du kriegst dann zum Beispiel, sagen wir mal, 500 Euro pro Monat dafür, dass du die Facebook-Seite managst oder zum Beispiel kriegst du, sagen wir mal, 3.000 Euro dafür, dass du Social-Media-Marketing managst und so weiter und so fort und das Ganze kannst du halt auf GrowthGeeks anmelden. Das Interessante ist aber hier auch bei, dass die Plattform die organische Reichweite bietet. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen wirklich guten, ich nenne es jetzt auch mal Geek wie bei Fiverr anbietest, eine gute Dienstleistung anbietest und das Ganze kostet, sagen wir mal, 2.000 im Monat und du schaffst es, 3-4 Kunden dafür zu generieren, hast du 6.000 bis 8.000 Euro hier im Monat raus und zum Beispiel bei mir ist es auch so, ich denke derzeit extrem darüber nach, nicht nur mein derzeitiges Unternehmen weiter zu vergrößern, sondern noch viele, viele weitere Unternehmen anzumelden. Beispielsweise meine eigene Marketingagentur. Ich denke darüber nach, beispielsweise auch noch mal eine eigene Designagentur aufzubauen beziehungsweise halt, die zum Beispiel wirklich ein eigenes Modelabel und ähnliches aufbaut. Also es gibt so viele Wege, wie du online Geld verdienen kannst oder grundsätzlich Geld verdienen kannst und zum Beispiel GrowthGeeks würde mir viele Dinge sehr viel erleichtern oder würde es sehr viel einfacher machen, Dinge zu managen und genau deswegen werde ich mal schauen, ob ich mich tatsächlich hier auf GrowthGeeks anmelde, dort meine Dienstleistungen anbiete, ist auf jeden Fall eine Plattform, die mich extrem interessiert und nochmal, wenn du zum Beispiel jetzt ein Social Media Marketer bist, dann würde ich dir nicht nur als Tipp geben, dich auf GrowthGeeks anzumelden, sondern vielleicht auch nochmal auf anderen Plattformen. Auch hier Dienstleistungsplattformen oder Freelancingplattformen wie zum Beispiel Upwork, Fiverr, WorkKanar, People Power, Guru und so weiter und so fort sind denke ich mal sehr gute Optionen und wie wir jetzt auch wissen zum Beispiel TopTel. Genau, das sind jetzt die unterschiedlichen Einkommensströme, die ich dir hier in diesem Video vorstellen wollte. GrowthGeeks wie gesagt ist eine Empfehlung an dich genauso wie TopTel. Bei Scripted kenne ich ein paar Personen, die dort relativ gutes Geld verdienen, die sitzen aber alle in Amerika und sprechen natürlich auch perfektes Englisch. Jetzt mit deutschem Copywriting wirst du hier nicht besonders viel Geld verdienen können. Pond5 würde ich dir auch nur empfehlen, wenn du halt unterschiedliche weitere Einnahmequellen in diesem Bereich hast, zum Beispiel deine Fotos hast auf Shutterstock, auf Getty Images und so weiter und so fort. Und dann natürlich Clarity.fm ist nochmal so eine Plattform, wo ich wirklich von überzeugt bin und die zumindestens auch gezeigt haben, dass sie das, was sie sich vorgestellt haben, umsetzen können. Deswegen, vielleicht werde ich ja eines Tages mal ein Experte auf Clarity.fm sein. Ich muss schauen, wie viel Geld ich da verdienen kann. Wenn es ein paar hundert im Monat sind und ich kann die Antworten geben, beispielsweise wenn ich, was weiß ich, wenn ich beim Essen sitze oder was auch immer und ich kann das irgendwie in meinen Tagesablauf gut einbinden, dann werde ich das auf jeden Fall tun. Kann ich dir auch nochmal empfehlen, einfach drauf mal zu gehen, dir das Ganze mal anzuschauen. Ist auf jeden Fall eine interessante Einnahmequelle. Übrigens nochmal, wenn du dich in mein Geld im Internet verdienen Meisterkurs einschreiben möchtest, dann schau gerne mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu diesem Kurs. 6,5 Stunden für gerade mal 9,99 Euro. Übrigens, dieser Sonderpreis existiert tatsächlich nicht mehr besonders lange. Deswegen schau gerne mal in die Videobeschreibung. Du kriegst jetzt noch den Kurs für 9,99 Euro. Ich kann nicht versprechen, dass das tatsächlich in der Zukunft noch so sein wird. Aber wie auch immer, vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass du dir das Video angeschaut hast. Bitte abonnier diesen Kanal und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne wieder 5 unterschiedliche, kaum bekannte Online-Einkommenströme vorstellen. Es soll hier in diesem Video mal wieder um Dienstleistungsplattformen gehen. Es soll aber hier auch noch mal um einen Konkurrenten von Airbnb gehen. Und ich möchte dir noch mal einige Wege zeigen, wie du als Transcriptionist, das heißt, als eine Person, die Transkription erstellt, online Geld verdienen kannst. Bevor wir mit diesem Video anfangen, würde ich dir gerne noch mal folgenden Kurs präsentieren. Nämlich sehr viele von euch haben sich bereits in diesen Kurs eingeschrieben, haben Liebebewertungen hinterlassen und ich freue mich sehr, dass euch dieser Kurs weiterhilft. Für all die Personen, die sich bisher noch nicht eingeschrieben haben, dies ist der Geld im Internet verdienen Meisterkurs. In der Videobeschreibung habe ich euch einen Link zu diesem Kurs hingetan. Ihr kriegt derzeit diesen Kurs zum Sonderpreis von gerade mal 9,99 Euro. Und das Schöne ist, heute update ich auch noch mal den Kurs, nämlich ich probiere mit der Zeit, diesen Kurs noch, sag ich jetzt mal, komplexer und größer zu machen. Nämlich derzeit ist dieser Kurs 6,5 Stunden lang. Du kriegst 6,5 Stunden Content für 9,99 Euro. Und ich zeige dir halt in diesem Kurs, wie du mehr als 25 unterschiedliche Einkommensströme aufbauen kannst. Nach dem heutigen Tag werden das sogar mehr als 30 Einkommensströme sein, weil ich heute den Kurs updaten werde. Und wie gesagt, ich probiere ungefähr, neue Videos in diesem Kurs hochzuladen, jede ein bis zwei Wochen. Das heißt, all das, was ich euch im Kurs sage, ist up to date. Ich versuche, den immer größer und besser zu machen. Und wie gesagt, viele, viele hundert von euch haben sich bisher eingeschrieben. Würde mich freuen, wenn auch du dich einschreiben würdest. Ein Link zum Kurs befindet sich in der Videobeschreibung. Aber gut, fangen wir mal mit dem ersten Einkommensstrom an. Und viele mögen sich jetzt sicherlich denken, mein Gott, Leon, ist das vielleicht deine Firma? Weil meine Firma heißt ja Teaching Hero und ich habe ja die ganzen anderen Bereiche wie Marketing Hero, Business Hero und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es Course Hero. Und ich glaube, es gibt sogar mehrere Firmen weltweit, die Course Hero heißen. Das Interessante hier, Branden, ist, dass du mit deinen Notizen beziehungsweise einfach mit deinem Wissen hier Geld verdienen kannst. Nämlich Course Hero ist praktisch eine Plattform, wo Unistudenten sind und diese Unistudenten oder, sag ich jetzt mal, Leute, die einfach nur an einem bestimmten Thema interessiert sind, brauchen halt Hilfe. Das können zum Beispiel solche Dinge sein, wie Chemie oder Accounting oder was weiß ich. Und wenn du beispielsweise Notizen noch aus der Uni hast, kannst du deine Notizen hier verkaufen, kannst aber auch jederzeit Fragen beantworten von den Leuten, die beispielsweise Accounting studieren oder die möglicherweise Physik studieren oder Mathematik oder was auch immer. Course Hero an sich ist eine Plattform, die halt aus den Vereinigten Staaten kommt. Das ist eine Plattform, die jetzt schon seit sehr vielen Jahren aktiv ist. Früher war es eher nur eine Plattform, wo du wirklich nur deine Notizen verkaufen konntest. Jetzt ist es so, dass diese Plattform auch ein wenig expandiert hat und dass es jetzt eigentlich nur so ist, dass du praktisch hier auf der Plattform unterrichtest, dass du hilfst und damit, wie gesagt, dir etwas Geld verdienst. Hier gibt auch Course Hero ein ganz interessantes Beispiel, nämlich Course Hero sagt hier, dass die Top-Dozenten, sag ich jetzt mal, hier auf der Plattform derzeit 500 Dollar in der Woche verdienen. Das würde also bedeuten, 2000 Dollar die Woche ist nicht besonders viel. Also ich gehe davon aus, dass du jetzt nicht so schnell zu diesen Top-Dozenten hier auf der Plattform wirst. Wenn du das bist, dann kannst du natürlich dich hier auch einstellen, dass du mindestens 10, 20, 30, 40 Stunden pro Woche hier arbeiten wirst und das nicht unbedingt für einen extrem hohen Lohn. Nämlich dieser Lohn von 500 Dollar pro Woche ist natürlich ganz ordentlich und gerade wenn du halt in Ländern lebst oder in Regionen lebst, wo du möglicherweise nicht besonders viel Geld ausgeben musst für Wohnungen, für Krankenkasse und so weiter und so fort. Bernd Helich bietet sich sowas hier sehr an. Wenn du jetzt, sagen wir mal, in der Hauptstadt in Berlin wohnst, so wie ich, also Hauptstadt von Deutschland in Berlin wohnst, wie zum Beispiel halt hier in meinem Falle, ist natürlich 500 Dollar pro Woche jetzt nicht unbedingt viel. Das heißt, diese Plattform lohnt sich vor allen Dingen halt für die Leute, die möglicherweise einfach ein bisschen Geld hinzuverdienen wollen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als meine Haupteinnahmequelle sehen. So, dann fahren wir mal, gehen wir mal weiter zur nächsten Plattform. Diese Plattform nennt sich Scribby. Scribby ist eine Plattform, wo du Audio- und Video-Files zu einer Transkription, sag ich jetzt mal, umwandeln musst. Das heißt, du kriegst beispielsweise ein MP3 zugeschickt oder kriegst halt ein Video zugeschickt und in diesem Video, in dieser Audio, wird halt etwas gesagt und das Gesagte musst du in Textform umschreiben. Das Ganze kannst du, wie gesagt, hier über die Plattform machen. Man sieht hier, Transcribe Audio Video Files Rate Starting at 0.10 Dollar per Minute. Das ist, wie gesagt, extrem wenig. Meistens gehen wir davon aus, dass eigentlich so eine Minute 50 Cent ungefähr bis ein Euro kostet. Das heißt, 60 Minuten zum Beispiel 60 Euro und das ist natürlich jetzt hier extrem, extrem günstig. Genau, deswegen sage ich halt auch, wenn du auf solchen Plattformen arbeitest, wie zum Beispiel Scribby, geh nicht davon aus, dass du Tausende von Euro hier verdienen wirst. Das ist eher nochmal ein ganz, ganz kleiner Lohn und ich würde vor allen Dingen solche Aufgaben wirklich nur machen, wenn du nichts anderes zu tun hast. Nämlich, was ich damit meine, ist nicht unbedingt, weil du kein anderes Business hast, sondern eher, wenn du beispielsweise in einer Situation bist, wo du einfach merkst, ich kann jetzt hier wirklich gerade nichts machen. Zum Beispiel, in meinem Falle, wenn ich jetzt irgendwo hin mit einem im Bus fahren würde, ich bin ja ein Online-Kurs-Dozent, ich schreibe auch Bücher, ich könnte natürlich probieren jetzt da irgendwie ein Buch zu schreiben, ja, das ginge immer. Ich kann natürlich auch probieren Videokurs aufzunehmen, bloß glaub mir, aus dem Bus einen Videokurs aufnehmen ist vielleicht nicht das Beste. Zum Beispiel nehmen wir an, du bist jetzt auf einer, du nimmst einen Bus und du fährst jetzt, sagen wir mal eine Stunde irgendwo hin oder zwei Stunden oder drei Stunden, vielleicht machst du einen Trip und du hast nichts zu tun auf dem Weg, möglicherweise hat der Bus auch kein Internet und da natürlich macht es auf jeden Fall Sinn, zum Beispiel solche Aufgaben hier zu erledigen, nämlich einfach sich irgendwelche Audios beziehungsweise Video-Files von Scrappy runterladen, dann diese Aufgaben erledigen und sobald du wie gesagt im Hotel angekommen bist, wenn du zum Beispiel jetzt einen Trip irgendwo hin machst, sagen wir mal, du nimmst Flix-Bus oder was auch immer und verbringst dir vielleicht zwei, drei Stunden in den Bus, dass du einfach dir wie gesagt diese Zeit nimmst, um Transkriptionen durchzuführen und dann wenn du aus dem Bus rausgehst und ins Hotel gehst und du Internet hast, lädst du wie gesagt die fertigen Transkriptionen hoch und das Ganze wie gesagt ist eigentlich ziemlich, ziemlich simpel, du musst einfach nur dich hier auf der Plattform anmelden, das kann wieder gut sein, dass du hier einen kleinen Test durchführen musst und dann, wenn du das bestanden hast, kannst du natürlich hier jederzeit die Aufträge nehmen und damit dann Geld verdienen. An sich würde ich dir grundsätzlich mal vorschlagen, wenn du beispielsweise in den Bereich Transcription gehst, dass du dort halt schaust, dass du nicht nur auf einer einzigen Plattform angemeldet bist, sondern auf mehreren Plattformen, beispielsweise neben Scrippy auch nochmal auf der Plattform ref.com oder beispielsweise GoTranscript oder zum Beispiel Gengo und natürlich bieten sich hier auch weitere Online-Dienstleistungen, Plattformen an, wie sagen wir mal Upwork, wie People Per Hour, wie zum Beispiel Fiverr oder zum Beispiel Guru oder zum Beispiel Workana. Genau, das wie gesagt ist nochmal eine Einnahmequelle, die ich euch nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, empfehlen würde als Haupteinnahmequelle, aber als eine Einnahmequelle, die man sich so mit der Zeit ein bisschen aufbaut. Dann, die nächste Einnahmequelle ist Rapify und ich habe länger darüber nachgedacht, ob ich tatsächlich nun diese Plattform hier vorstelle oder nicht. Es gibt nämlich noch eine weitere Plattform, die nennt sich Carvertise und Carvertise und Rapify sind bisher Firmen, die vor allen Dingen halt aktiv sind in den Vereinigten Staaten und Rapify und Carvertise sind praktisch Plattformen, wo du nach Advertisern suchen kannst, das heißt nach Werbetreibenden, die gerne ihre Werbung auf deinem Auto platzieren möchten und das Gute ist, dass Rapify wirklich nur mit Leuten zusammenarbeitet, die gut zahlen. Das heißt mit großen Firmen, zum Beispiel in Amerika, ist das die Firma, sagen wir mal Bud Light, also vom Bier praktisch und die zahlen bis zu 450 Dollar pro Monat dafür, dass du halt auf deine Auto Werbung drauf tust. Natürlich ist es super, wenn du zum Beispiel in Metropolregionen lebst und durch große Menschenmenge jeden Tag fährst, zum Beispiel nehmen wir an, du würdest jeden Tag über den Times Square fahren, kannst du natürlich davon ausgehen, dass du sehr, sehr viel mehr Geld verdienen wirst, wie als würdest du halt irgendwo durch die Countryside in, sagen wir mal, im mittleren Westen fahren, aber Rapify an sich und Carvertise suchen halt nach Leuten, die genau das machen möchten, das heißt die Werbung auf ihr Auto drauf tun möchten und die Plattform an sich bezahlt dann wie gesagt das Geld, das die eigentlichen Advertisers an sie zahlen. Das heißt du kriegst dann praktisch von Rapify Geld geschickt und dann musst du wie gesagt zum Beispiel so eine Klebefolie auf den Auto drauf tun, das kann auch von Rapify selbst gemacht werden und diese Klebefolie kann jederzeit wieder abgenommen werden, das heißt es wird auch jetzt nicht dein Auto oder so zerstören. Und das Ganze ist natürlich bisher sehr aktiv in den Vereinigten Staaten, es gibt sehr viele Leute in den Vereinigten Staaten, die hier über Rapify oder Carvertise ihre Autos als Werbe, sag ich jetzt mal, als Werbeplattform nutzen. Es gibt auch schon einige Kunden in Europa beziehungsweise seit anderen Orten der Welt aber die Plattformen haben sich da noch nicht so durchgesetzt, deswegen kann ich nur Folgendes sagen, es kann gut sein, dass eines Tages mal Rapify oder Carvertise hier auch richtig groß werden, bei Carvertise bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie schon in Europa angekommen sind, bei Rapify weiß ich, dass bereits einige Kunden aus Europa kommen, müsste mal schauen, vielleicht gibt es ja wirklich jemanden, der auch in Europa Werbung machen möchte. Aber gut, dann die nächste Plattform ist Classgap. Classgap ist eine Online Private Lessons Plattform, das heißt, hier geht es nochmal um Online Schulungen, hier kannst du beispielsweise Leuten beibringen, wie, sagen wir mal, Accounting funktioniert oder möglicherweise, wie zum Beispiel, ja, bestimmte Dinge im Bereich Physik funktionieren oder möglicherweise Career Coaching und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, Classgap an sich, wie gesagt, ist auch wieder nur eine von vielen Möglichkeiten, nämlich, du kannst natürlich nicht nur auf Classgap unterrichten, du kannst daraus wieder auch ein Business machen und praktisch sagen, gut, ich unterrichte nicht nur auf Classgap, sondern ich unterrichte auch nochmal auf VIP-Kits oder Q-Kits oder Check. Es gibt haufenweise Plattformen in diesem Bereich. Zum Beispiel, wenn du Englisch unterrichten möchtest, wäre Classgap auf jeden Fall eine Option, da wird natürlich sich aber auch wieder die Option anbieten von Check oder zum Beispiel Landi-Englisch und so weiter und so fort. Classgap an sich finde ich persönlich ganz interessant, weil es eine Plattform ist, die schon relativ lange am Markt ist und die, sag ich jetzt mal, sich bewiesen hat, die wirklich Leuten Geld macht und wenn du halt dir ein eigenes, sag ich jetzt mal, Tutoring-Business aufbauen möchtest, ist das auf jeden Fall eine Plattform, die du nicht vergessen solltest. Heißt also, nochmal eine Empfehlung von mir persönlich, Classgap, schaut es euch gerne mal an. Dort, wie gesagt, könnt ihr live unterrichten. So, und dann die letzte Plattform nennt sich VRBO. VRBO ist praktisch eine Plattform, die ein Konkurrent zu Airbnb darstellt, nämlich wenn ihr beispielsweise hier mal, sagen wir mal, Berlin eingibt, also dort, wo ich wohne, werdet ihr schon sehr, 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 sehr viele Unterkünfte sehen. Das heißt, es handelt sich jetzt hier nicht um eine neue Plattform, sondern wirklich um eine Plattform, die schon seit Längerem aktiv ist und vor allen Dingen, die tausende von Properties hat oder tausende von Immobilien hier drauf hat und an sich, wie gesagt, ist es eine Plattform, wo du einfach dein Haus beziehungsweise deine Wohnung oder Räume in deiner Wohnung untervermieten kannst, überall solche Plattformen wie, oder, ja, VRBO beziehungsweise Airbnb. Das Konzept hier ist sehr, sehr ähnlich. Das Interessante bei VRBO ist natürlich, dass du hier nochmal die eine weitere Einnahme schaffst, nämlich wenn beispielsweise dein Airbnb, deine Wohnung, sich nicht besonders gut vermieten lässt, über Airbnb, dann kannst du natürlich jederzeit auch noch auf VRBO zurückgreifen und kannst dort natürlich auch jederzeit deine Wohnung vermieten. Das heißt, du hast einfach zwei Trafficquellen und das ist gar nicht schlecht. Du kannst hier jederzeit, indem du rechts oben auf List Your Property klickst, deine Immobilie hier anmelden und dann sofort über die Plattform Geld verdienen. Ich persönlich bin auch so, dass ich jetzt mal auf VRBO mir das Ganze angeschaut habe, weil, sagen wir es mal so, wenn beispielsweise Airbnb, das ist ganz interessant, nämlich VRBO hat auch andere Immobilien als Airbnb. Das heißt, nicht nur ist es so, dass viele Leute ihre Immobilien auf Airbnb und VRBO anbieten, sondern eher, dass sie zum Beispiel eine Immobilie auf Airbnb anmieten und andere Leute bieten halt ihre Immobilie auf VRBO an. Also wie gesagt, schaut es euch gerne mal an, könnte auf jeden Fall auch nochmal eine weitere sehr interessante Einnahmequelle sein für all die Leute, die jetzt wirklich sich so ein Airbnb beziehungsweise Real Estate Business aufbauen wollen. Aber gut, das war es nun hier für dieses Video. Wenn du mehr rund ums Thema Geld verdienen lernen möchtest, dann schau doch gerne in die Videobeschreibung. Dort befindet sich Mein Geld verdienen im Internet. Meisterkurs, du kriegst den Kurs derzeit zum Sonderpreis für gerade mal 9,99 Euro. Ich kann nicht versprechen, ob dieser Link tatsächlich noch aktiv ist oder nicht. Schaut einfach mal nach, klickt auf den Link. Wenn der 9,99 steht, dann ist er noch aktiv. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch in den Kurs einschreiben könntet und wenn ihr im Kurs Fragen habt, könnt ihr mich auch jederzeit kontaktieren. Das heißt, ich bin nicht nur da, um euch irgendwas beizubringen, sondern euch auch persönlich zu helfen und genau deswegen, wie gesagt, glaube ich, dass dieser Kurs für euch eine sehr gute Möglichkeit ist. Das heißt, wenn du ein Online-Business starten möchtest, schau wie gesagt in die Videobeschreibung. Dort befindet sich der Link. Aber gut, vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Bitte abonnier diesen Kanal und ich hoffe natürlich, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne wieder fünf unterschiedliche, kaum bekannte Online-Einkommenströme vorstellen und ja, was für eine Überraschung. So ein Video habe ich ja hier noch nie gemacht. Ich habe übrigens vor, euch noch weitere Einkommenströme hier glaube ich so ungefähr 150 unterschiedliche Einkommenströme hier auf diesem Kanal euch beschrieben. Ich versuche noch mal einige Videos zu Einkommenströmen zu machen, die ein bisschen tiefer gehen, werde aber weiterhin auch diese Videos hier publizieren. Wenn euch solche Art von Videos gefallen, dann auf jeden Fall lasst ein Like hier auf diesem Video da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Was genau werden wir hier in diesem Video besprechen? Ich möchte dir hier in diesem Video mal Einkommenströme zeigen, die wirklich sehr, sehr lukrativ sind, aber auch die vielleicht Einkommenströme sind, von denen du absolut noch nicht gehört hast. Es soll heute hier in diesem Video um eine Plattform namens Repixel gehen. Ich möchte dir einige Plattformen zeigen, wo du zum Beispiel deine Dienstleistung anbieten kannst und auch eine Plattform, wo du beispielsweise deine Dienstleistung in Form von zum Beispiel Touren oder zum Beispiel einen Weinabend oder was auch immer anbieten kannst. Das heißt, es geht da eher um Erfahrungen und diese Erfahrungen kannst du jederzeit online verkaufen. Das heißt, du musst noch nicht mehr jetzt einen Uniabschluss haben oder du musst jetzt nicht ordentlich Startkapital haben oder was auch immer, um über diese Einnahmequellen Geld zu verdienen. Das brauchst du alles nicht und ich möchte dir wie gesagt heute diese Einnahmequellen hier vorstellen. Übrigens, wenn du dich in meinen Geldverdienen im Internetmeisterkurs einschreiben möchtest, dann kannst du das gerne jederzeit tun. Der Link dazu befindet sich in der Videobeschreibung. Sehr viele von euch haben sich bisher in diesen Kurs eingeschrieben. Er hat bisher nur 45 Top-Bewertungen von euch bekommen. Ich freue mich sehr, dass vielen von euch der Kurs so gefällt. Ich habe viel positives Feedback erhalten und werde natürlich noch weitere Videos hier hochladen, werde durchgehend diesen Kurs updaten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich einschreiben könntest. Ein Link zum Kurs befindet sich in der Videobeschreibung. Den Kurs kriegst du jetzt gerade für gerade mal 9,99 Euro. Ich weiß nicht, wie lange das Angebot noch existiert. Deswegen schau einfach mal in die Videobeschreibung, klick auf den Link und wenn er für 9,99 Euro da ist, schlag zu, weil ich kann das wie gesagt nicht versprechen für die Zukunft, ob sich da der Preis ändern wird oder nicht. Aber gut, fangen wir mal mit dem ersten Einkommensstrom an und dieser nennt sich Weiable. Weiable ist eine Plattform, wo du deine Dienstleistung anbieten kannst und das ist genau die Plattform, die ich eben gerade ansprach. Nämlich es handelt sich hierbei um eine Plattform, wo du Dienstleistungen in Form von zum Beispiel sagen wir mal Weinabenden oder Stadttouren oder Fototouren oder was auch immer anbieten kannst. Zum Beispiel, ich bin jetzt gerade bei viel zu reisen und zum Beispiel jetzt die ganzen Orte, die ich mir ausgeschaut habe, da habe ich mal geguckt, welche unterschiedlichen Optionen es gibt, dort vielleicht etwas zu erleben. Nämlich man weiß ja selbst nie so wirklich, was kann man alles in einer Stadt kennenlernen, welche Dinge gibt es vielleicht, die nicht unbedingt in jedem Touriführer drin stehen und genau für solche Leute ist natürlich eine Plattform wie Vailable Perfekt. Nämlich, was du praktisch hier auf Vailable machst, ist du bietest zum Beispiel eine Stadttour an oder du bietest zum Beispiel sagen wir mal eine Tour durch die besten Lokale an oder möglicherweise machst du eine Wandertour oder vielleicht bietest du einfach nur eine Fotosession an, wo du Leute mit der Kamera begleitest und zu den schönsten Orten der Stadt gehst und sie dort fotografierst. Es gibt wie gesagt viele Optionen und diese Dinge kannst du hier anbieten. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, gut, ich habe eine ordentliche Kamera, ich weiß, wie man ein paar schöne Fotos macht, dann kannst du natürlich jederzeit deine Dienstleistung hier anbieten und dann mit den Leuten, die bei dir buchen, durch die Stadt fahren und halt diese Fotos aufnehmen. Oder wenn du sagst, ich habe noch nicht meine gute Kamera, ich weiß nicht genau, wie man gute Fotos schießt, ich kenne mich aber hier in meiner Stadt gut aus, dann mach halt eine kleine Stadtrundfahrt mit den Leuten. Oder wenn du sagst, ich kenne mich auch nicht in der Stadt gut aus, es gibt aber so ein paar Orte, die ich wirklich schön finde, die ich Leuten gerne zeigen möchte, sowas wie vielleicht Dinge, die nicht unbedingt in jedem Touristenführer drinstehen, dann natürlich kannst du dies auch jederzeit tun. Die Plattform Vailable ist dann eine Plattform, wo du genau diese Dienstleistung anbieten kannst. Viele von euch sagen jetzt sicherlich, das gibt es doch aber auch bei Airbnb und das stimmt. Das heißt, du kannst bei Airbnb deine Dienstleistung anbieten, kannst du Vailable anbieten und das sind dann praktisch für dich zwei Einermarquellen für dieselbe Sache. Das ist definitiv nicht schlecht. Dann die nächste Plattform ist eine Plattform, die sicherlich keinem von euch ein Begriff ist, denke ich mal. Es ist eine Plattform, die auch relativ neu ist. Diese Plattform nennt sich Repixel. Was genau kann man bei Repixel machen? Wenn du eine ordentliche Seite hast, das heißt, du hast eine relativ große Facebook-Seite, du hast eine ordentliche Webseite und du hast zumindest ein paar tausend User jeden Monat, dann kannst du folgendes machen, dann kannst du dich hier auf Repixel anbieten oder kannst deine Seite hier anbieten und machst dann folgendes, nämlich du kannst halt deine Daten Leuten zur Verfügung stellen und diese Leute können zum Beispiel eine Lookalike-Audience oder was auch immer von deinen Daten machen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, über die letzten Jahre habe ich mir eine ordentliche Audience aufgebaut, ich weiß ganz genau, wer mein Produkt interessiert ist und ich melde mich hier auf Repixel an, dann können andere Firmen, die in einer ähnlichen Nische wie du sind, dich kontaktieren, können sagen, hey, wir würden gerne deine Daten zu XYZ haben, würden daraus gerne eine Lookalike-Audience bilden oder halt zumindest die Daten, die du hast, nutzen, um neue Kunden zu generieren und so kannst du halt mit den Daten, die du selbst gesammelt hast, Geld verdienen und das, denke ich mal, ist eine wirklich schöne Sache. Das heißt, Repixel erlaubt es anderen Leuten, deine Audience zu pixeln und für all die Leute, die jetzt zum Beispiel meine Kurse gekauft haben, sagen wir nur der Facebook-Marketing-Kurs oder die Facebook-Werbeanzeigen-Kurs oder so, ihr wisst ganz genau, was ein Pixel ist. Für all die Leute, die es jetzt nicht wissen, ein Pixel erlaubt es uns einfach zu messen oder zu analysieren, wer denn überhaupt auf unserer Webseite ist beziehungsweise zum Beispiel auf unserer Facebook-Seite oder anderen Seiten und wir können dann diese Informationen nehmen, um beispielsweise, sag ich jetzt mal, Charakteristika zu identifizieren und diese Charakteristika verwenden wir dann, um, sag ich jetzt mal, eine größere Gruppe von Menschen zu analysieren. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel die Charakteristika, sagen wir mal, weiblich zwischen 35 und 40 interessiert an Fußballschuhen und nehmen halt praktisch diese Interessen, übertragen die auf eine größere Gruppe und können dann halt durch unser Marketing, durch unser Pixel genauer einschätzen, wer denn interessiert ist, unsere Produkte zu kaufen und das, wie gesagt, ist hier ein Riesenvorteil bei Repixel und genau deswegen würde ich euch auch solch eine Einnahmequelle hier vorschlagen. Dann, die nächste Plattform ist Twago. Twago ist auch wieder eine Dienstleistungsplattform, nämlich ich hatte ja hier schon auf dem Kanal öfter mal über Plattformen wie zum Beispiel Freelancer gesprochen, ich hatte über Plattformen gesprochen wie Fiverr, Upwork, Workana, People per Hour, Guru und so weiter und so fort und eine weitere Plattform in diesem Bunde ist natürlich auch Twago. Wenn du deine Dienstleistung online anbieten möchtest, ist Twago definitiv eine Plattform, die Sinn macht. Es ist auch wieder halt eine Job, wo du Freelancing, eine Plattform, wo du Freelancing-Jobs anbieten kannst, sei es nur im Bereich, sag ich jetzt mal Dienst, im Bereich Design oder sei es im Bereich Webentwicklung oder sei es im Bereich Coaching oder was auch immer, du kannst hier so gut wie alles anbieten. Dann, die nächste Plattform ist ServiceScape. ServiceScape ist eine Plattform, wo du auch wieder Freelancer finden kannst, bloß für eigentlich nur vier unterschiedliche Nischen, nämlich einmal die Nische Editors, das heißt Video Editing, dann Translators, also Übersetzung, dann Graphic Designers und Writers. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in einer von diesen vier Kategorien bist und du sagst, okay, ich möchte meine Dienstleistung online anbieten, dann ist ServiceScape eine Plattform für dich. Das ist auch wieder eine Option, die du hast, wenn du beispielsweise Transkriptionen anfertigst auf solchen Plattformen wie, sagen wir mal, GoTranscript, Rev.com und so weiter und so fort und du einfach nochmal auf weiteren Plattformen deine Dienstleistung anbieten möchtest, dann kannst du das hier jederzeit tun, zum Beispiel halt als Writer, da würde übrigens Transkriptionen, soweit ich weiß, runterfallen oder halt wenn du sagst, gut, ich kann auch noch mehrere Sprachen, sagen wir mal Deutsch, Englisch, kannst du natürlich hier auch jederzeit als Translator arbeiten. Wenn du ein guter Video Editor bist oder du kennst dich einfach nur gut aus mit dem Editing von Dingen, dann kannst du natürlich hier auch jede Zeit deine Dienstleistung anbieten. Du siehst auch hier, es ist eine ziemlich große Plattform, über 279.000 Projekte wurden bereits abgeschlossen, 84.000 registrierte Klienten und das Average Rating ist 4,90 aus 5, was natürlich auch super ist und viele große Plattformen oder viele große Universitäten übrigens auch Vertrauen ServiceScape. Ich bin natürlich jetzt nicht gesponsert von irgendeiner von diesen Firmen, aber ist auf jeden Fall noch mal eine weitere Einnahmequelle, die ich mir anschauen würde, wenn ich du wäre und wenn du zum Beispiel sagst, gut, ich habe schon einige Einnahmequellen, dann vielleicht ist es nicht unbedingt so sinnvoll, noch sich auf einer weiteren Plattform anzumelden, aber ich persönlich bin ein ganz großer Fan davon, dass man zu jeder Zeit arbeiten kann. Das heißt, ich persönlich mag es, wenn ich überall weiß, okay, da kann ich Geld verdienen. Ich weiß also, auf ServiceScape kann ich mir Dienstleistungen anbieten, auf GoTranscript, auf Rev, auf Gengo, auf, sag ich jetzt mal, Fiverr, auf Upwork, auf Workana und so weiter und so fort. Ich habe dort überall meine Profile und wenn Leute sich bei mir melden, dann weiß ich halt, zack, daher kommt ein Auftrag, da kommt ein Auftrag, da kommt ein Auftrag, kann die halt hintereinander abarbeiten und kann dann am Tag, sagen wir mal, 100, 200 Euro gut damit verdienen. Das, denke ich mal, ist keine schlechte Strategie. Das heißt, du solltest niemals wirklich auf der Suche sein nach Jobs, sie sollten einfach reinkommen und da ist natürlich der große Vorteil bei solchen Plattformen oder bei der Strategie, die ich habe, dass du durchgehend bist. Und dann, die letzte Plattform ist MindSumo. Das ist eine Plattform, wo ich lange drüber nachgedacht habe, ob ich die tatsächlich euch präsentiere oder nicht, weil ich normalerweise von solchen Plattformen nicht besonders viel halte als Einnahmequelle. Wenn du aber sagst, gut, ich habe jeden Tag, sagen wir, 10 Minuten in der Bahn oder ich habe 5 Minuten im Bus oder was auch immer, dann bietet es sich an, solche Aufgaben hier zu erledigen, nämlich MindSumo ist eine Plattform, wo es wirklich um Ideen geht. Nämlich beispielsweise kommt da eine Firma an, die sagt, hey, wir produzieren Badelatschen, wie können wir unsere Firma nennen? Und wenn du jetzt zum Beispiel einen interessanten Namen, der vielleicht perfekt zu der Firma und der Corporate Identity oder was auch immer passt, dann natürlich kannst du diesen Namen als Vorschlag hier präsentieren und wenn dann die Plattform sagt oder diese Firma sagt, gut, das ist ein super Name, dann nehmen sie, wie gesagt, deinen Auftrag an, was einfach nur bedeutet, dass du praktisch Geld dafür bekommst, dass du dir einen coolen Namen ausgedacht hast. Wenn du natürlich hier auf Quantität gehst, dann kann es gut sein, dass du nicht besonders viel Geld verdient wirst. Wenn du aber auf Qualität gehst, kann es gut sein, dass du sehr, sehr viel Arbeit in die ganze Sache reinstecken musst. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ich komme sehr schnell oder ich schaffe es sehr, sehr schnell mit tollen Namen zu überlegen und ich weiß zum Beispiel, wie man schnell Probleme löst, dann ist vielleicht mein Sumo was für dich. Wenn du aber sagst, ich habe damit Probleme, kreativ zu sein, ich habe damit Probleme, neue Namen zu finden oder möglicherweise Lösungen zu finden, dann ist diese Plattform hier nichts für dich. Ich würde es dir niemals als Haupteinnahmequelle vorschlagen. Es ist eine Plattform, wo du nochmal so ein bisschen Geld verdienen kannst, aber sagen wir es mal so, ich bin kein großer Fan davon, auf einer Plattform zu arbeiten, wo du Ideen liefern musst und du einfach nicht weißt, ob du für deine Idee oder für deine Arbeit Geld bekommst oder nicht. Also mein Tipp hier an dich ist einfach nur der folgende, sei dir halt sicher, wenn du auf solchen Plattformen hier arbeitest, dass du irgendwie auch im Vorhinein bezahlt wirst. Bei meinen Sumo ist das nicht der Fall. Ich würde dir eher nur vorschlagen, auf Plattformen zu arbeiten, wo du halt schon mal sowas wie eine Art Base Salary hast, wo du also zumindest schon mal ein bisschen Geld bekommst oder wo du zumindest weißt, dass es auf deine Arbeit, auf deine Qualität, auf dein Marketing ankommt, um Geld zu verdienen. Hier kommt es ja wirklich nur auf das subjektive Empfinden von der Person oder Firma an, die praktisch hier ein Inserat machte. Aber wie auch immer, das waren nun hier fünf unterschiedliche Einnahmequellen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Bitte hinterlasse ein Like auf diesem Video, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du dich in mein Geldverdienen im Internetkurs einschreiben möchtest, dann schau auf jeden Fall auch nochmal in die Videobeschreibung. Dort gibt es den Kurs derzeit gerade mal für 9,99 Euro. Das ist wirklich ein Sonderangebot. Würde mich sehr freuen, wenn du dich einschreiben könntest und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne wieder fünf unterschiedliche, kaum bekannte Online-Einkommenströme vorstellen. Es soll hier in diesem Video mal wieder um Themen gehen, wie zum Beispiel Kunst verkaufen. Ich möchte mit dir über Dienstleistungen, Plattformen sprechen und vieles, vieles mehr. Übrigens, wenn du mehr über das Thema Geldverdienen lernen möchtest, dann schau auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Geldverdienen im Internetmeisterkurs. Diesen Kurs kriegst du derzeit gerade mal für 9,99 Euro. 6,5 Stunden Content sind da drin und ich zeige dir mehr als 25 Einkommenströme Schritt für Schritt und ich zeige dir, wie man die aufbaut. Also zum Beispiel solche Dinge wie ein Online-Kurs-Business, ein T-Shirt-Business, ein Icon-Business, Affiliate-Marketing und vieles, vieles mehr. Deswegen, wenn du dich einschreiben möchtest, schau gerne mal in die Videobeschreibung. Aber gut, fangen wir doch mal mit dem ersten Einkommenstrom an und dieser nennt sich Gumroad Discover beziehungsweise Recommended by Gumroad. Gumroad Discover ist ein Tool, das es uns erlaubt, über die Hosting-Plattform Gumroad organisch Reichweite aufzubauen. Nämlich viele von euch wissen, dass ich ja einige von meinen Produkten über Gumroad gehostet habe. Beispielsweise mein Flipping-Booklet oder beispielsweise solche Dinge wie eine monatliche Mitgliedschaft, die ich jetzt derzeit da bin anzubieten. Ich habe einige Kurse auf Gumroad und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe derzeit insgesamt so 6, 7 Produkte auf Gumroad drauf. Das ist nicht besonders viel, aber mit diesen 6, 7 Produkten mache ich einiges durch halt praktisch dieses Tool Gumroad Discover. Also ich verdiene natürlich ein wenig Geld. Nämlich, ich mache natürlich für die Produkte eigenes Marketing. Das heißt, ich verkaufe diese aktiv zum Beispiel hier über einen YouTube-Kanal oder verkaufe diese aktiv über meinen Newsletter oder verkaufe diese aktiv über zum Beispiel meine Social-Media-Kanäle. Aber es gibt, wie gesagt, auch dieses Gumroad Discover, was einfach Gumroad's Tool ist. Und dieses Tool macht praktisch folgendes, nämlich, wenn eine Person ein Produkt kauft, das meinem sehr ähnlich ist, dann kann es gut sein, dass dieser Person, nachdem sie das Produkt gekauft hat, mein Produkt vorgeschlagen wird. Das heißt, Gumroad macht praktisch folgendes, sie geben den Leuten einen Up- bzw. Down-Sell, nachdem sie bereits ein Produkt gekauft haben. Und dieses Up- bzw. Down-Sell ist in meisten Fällen nicht von der Person, wo das Produkt gekauft wurde, sondern halt praktisch von einer anderen Person, zum Beispiel halt mir. Das heißt, wenn jemand anders einen Online-Kurs kauft, dann kann es gut sein, dass wenn diese Kurse thematisch ähnlich sind, dass dann mein Kurs auch nochmal der Person nach dem Kauf als Up-Sell bzw. Down-Sell vorgeschlagen wird. Wie viel Geld mache ich damit? Ziemlich genau, zwei bis drei Prozent meiner Sales kommen praktisch hier raus. Das heißt, im Monat sind das circa ungefähr zwischen 60 bis 100 Euro vielleicht, die ich damit rauskriege. Das ist jetzt nicht besonders viel, bloß haben oder nicht haben. Ich meine, 60 oder 100 Euro ist schon gar nicht schlecht und nicht vergessen, ich habe halt nur ungefähr sechs oder sieben Produkte auf Gumroad drauf. Nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber nehmen wir mal an, du würdest jetzt die Plattform Flut mit Produkten und würdest 100, zweimal Produkte hochladen, weil du halt so viele hast, kann gut sein, dass du schon alleine damit dann dir einen wirklich guten Einkommensstrom aufbauen kannst. Genau, gehen wir dann mal zum nächsten Einkommensstrom über und viele werden jetzt sicherlich sagen, was Spotify, das ist doch die App beziehungsweise die Website, wo ich mit Musik hören kann und ja, das ist auch korrekt, bloß ich glaube, viele von euch haben vielleicht sich noch nicht damit beschäftigt, wie viel Geld du eigentlich mit Spotify verdienen kannst. Nämlich, für eine Million Streams erhältst du auf Spotify 4.000 Euro oder 4.000 Dollar. Das ist natürlich jetzt nicht extrem viel und sicherlich viele werden sich jetzt fragen, wie komme ich zu einer Million Streams und ich muss euch da zum, um ehrlich zu sein, sagen, ich bin auch kein Experte, ich wüsste auch nicht, wie man zu einer Million Streams kommt, bloß ist das, das ist auf jeden Fall noch mal eine Einnahmequelle, die ich nicht unbedingt euch vorschlage, bloß wir hatten ja schon mal hier in anderen Videos über TuneCore gesprochen. TuneCore ist eine Plattform, wo du mit deine Produkte oder deine Musik verkaufen kannst auf mehreren Plattformen, das heißt beispielsweise Amazon Music, Apple Music, dann natürlich auch über Spotify und so weiter und so fort und indem du halt auf diesen ganzen unterschiedlichen Plattformen deine Musik hast, kann es gut sein, dass du hier vielleicht mal 100 Euro im Monat herbekommst, da 50, da 200 und so weiter und so fort und je größer du natürlich auch als Künstler wirst, desto mehr Geld kannst du verdienen und Spotify in Sicht, da werde ich niemals euch sagen, außer ich werde jetzt auf einmal mutieren zu einem Musiker, davon gehe ich nicht aus, aber ich werde mich nie hier Experte auf diesem Gebiet nennen, auf diesem Gebiet nennen, bloß es ist natürlich eine Einnahmequelle, die vielleicht viele Leute ignorieren, beziehungsweise bisher noch nicht kennen, weil sie eigentlich nur Konsument sind, aber nicht Produzent, weil sie möglicherweise halt nur über Spotify Musik hören, nicht aber selbst mal daran gedacht haben, Musik zu produzieren, also wenn du Musiker bist und du möchtest vielleicht ein bisschen Geld verdienen, vielleicht hast du ja die Möglichkeit oder irgendwie die Chance, ein wenig Geld zu verdienen über Spotify. Dann die nächste Plattform ist Linosaur, Linosaur ist eine Plattform, die relativ ähnlich zu Gengo beziehungsweise Rev.com ist oder auch zu solchen Plattformen wie GoTranscript, hier geht es wieder darum, dass Leute praktisch dir einen Text zu schicken und diesen Text sollst du halt übersetzen, das heißt, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, jemand will eine E-Buchübersetzung, da wird dir praktisch diese E-Buchübersetzung zugeschickt oder wird dir halt dieses E-Buch zugeschickt und du sollst praktisch dieses E-Buch übersetzen und du kannst halt in allen möglichen Sprachen arbeiten, wenn du Deutsch kannst, übersetzt halt ins Deutsche, wenn du zum Beispiel gut Polnisch kannst, dann übersetzt halt ins Polnische und so weiter und so fort. Linosaur ist auch nochmal eine Plattform, die du halt vielleicht nochmal als Kleineinkommensstrom sehen könntest, nämlich wenn du beispielsweise schon über solche Plattformen wie Rev oder GoTranscript oder Gengo oder so arbeitest, wäre Linosaur nochmal eine weitere Plattform oder Lingosaur, oh Gott, Lingosaur natürlich, wäre eine Plattform, die sich hier vielleicht lohnen könnte. musst du mal schauen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich weiß, dass einige von meinen Flipping-Schülern über Lingosaur Geld verdienen. Ich selbst bin nicht auf Lingosaur derzeit, bloß ich hatte in den letzten Tagen einige Nachrichten erhalten, ob ich die Plattform bereits kenne. Ich kannte sie vorher nicht und ich dachte, ich teile sie mal mit euch, weil es wieder eine weitere Plattform ist, wo du halt durch Übersetzung Geld verdienen kannst. Dann, die nächste Plattform ist HomeRocket und hierbei handelt es sich um sogenannte patriarchische Nachrangdarlehen, was einfach nur bedeutet, dass du praktisch hier Geld investierst und erhältst dann halt eine bestimmte Verzinsung auf dein, oder eine bestimmte Rendite, sag ich jetzt mal, für dein Investment und es kann gut sein, dass zum Beispiel du eine bestimmte Anzahl in Zinsen bekommst, sagen wir mal 4, 5, 6, 7, 8 Prozent tatsächlich pro Jahr, plus halt nochmal, es kann sein, dass du eine Exit-Beteiligung hast, es kann sein, dass du halt an anderen Dingen beteiligt wirst und HomeRocket an sich ist eine Plattform, wo du halt in Immobilien investieren kannst, es gibt neben HomeRocket auch nochmal weitere Plattformen, die halt unter dieses Rocket, sag ich jetzt mal, unter diese Rocket-Brand gehören, nämlich zum einen ist das Green Rocket und zum anderen ist das Lion Rocket, Green Rocket ist eine Plattform, wo du halt in grüne Investments oder in grüne Projekte investieren kannst, HomeRocket natürlich klar in Immobilien und dann Lion Rocket ist in etablierte Unternehmen, das heißt Unternehmen, die halt wirklich schon Geld machen und die keine Start-ups sind. Genau, an sich die Plattform ist gigantisch, ich habe sie seit den Kinderschuhen, sag ich jetzt mal, beobachtet, nämlich ich kenne Wolfgang Deutschmann, einen der, ich glaube, derzeit Geschäftsführer von der, von der Plattform kenne ich sehr, sehr gut, wir hatten früher mal viel miteinander geschrieben und Wolfgang, wie gesagt, hat daraus ein riesen Business gemacht, ich glaube auch Gerhard Hörn ist dabei, also nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich glaube, wie gesagt, er ist da auch investiert und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Plattform, kann ich euch sehr empfehlen, ich selbst bin auch auf Green Rocket investiert, ich bin bisher noch nicht auf HomeRocket investiert, habe dies aber vor und an sich, wie gesagt, eine sehr, sehr interessante Plattform. Dann die nächste und letzte Plattform ist die Plattform Artnet, nämlich wenn du ein Künstler bist und du erstellst, sag ich jetzt mal, moderne Kunst, dann kannst du diese hier jederzeit über Artnet Auctions verkaufen, das ist also wirklich, ja, eine Plattform, die sich nochmal lohnen könnte, wir hatten ja bereits über andere Plattformen gesprochen, ich glaube, wir hatten mal über Artcloud gesprochen, wir hatten über weitere Plattformen gesprochen, wo du halt deine Kunst verkaufen kannst, Artnet ist nochmal eine weitere Plattform, wo ich einige Leute kenne, die halt hier ihre Kunst verkaufen, nochmal, es geht hier wirklich nur um moderne Kunst, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein teures Bild von, wem weiß ich, an der Wand hast oder findest, einen Rembrandt in deinem Keller, wäre schön, aber dann könntest du diesen hier nicht über die Plattform verkaufen, hier geht es halt wirklich nur eher um moderne Kunst, das heißt, wenn du dich ausleben möchtest und vielleicht dir sagst, ja, ich werde Künstler, dann kannst du halt hier probieren, deine Kunst zu verkaufen, auch, obwohl ich sagen muss, dass ich, ja, also ich persönlich bin kein großer Fan von moderner Kunst, das soll jetzt aber hier auch nicht mit reinspielen, aber ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass du extrem viel Geld über Artnet verdienen kannst, Artcloud ist schon mit die größte Plattform, Artnet ist jetzt nochmal eine von den weiteren Plattformen, die jetzt gerade hinzugekommen sind oder halt schon seit einiger Zeit existieren, aber die eher zu den neueren Plattformen gehören, musst du mal gucken, ob das für dich irgendwelche Früchte trägt, ich kann es dir, wie gesagt, nicht genau sagen, ich kann aber gerne mal ein Interview mit meinem ehemaligen Mitschüler machen, der halt hier über die Plattform verkauft, wenn dich das interessiert, dann schreibt es gerne in die Kommentarsektion. Übrigens, wenn ihr mehr über das Thema Geld verdienen wissen möchtet und ihr möchtet wissen, wie ich mir haufenweise Einkommensströme aufgebaut habe, wie zum Beispiel das Icon-Business, ein T-Shirt-Business, Online-Kurs-Business, Kindle, Affiliate-Marketing und so weiter und so fort, dann schau auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung, dort befindet sich ein Link zu meinem neuen Kurs, dem Geld verdienen im Internetmeisterkurs. Für ganz, 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 ganz kurze Zeit kannst du dich nur noch in diesen Kurs für 9,99 Euro einschreiben, deswegen nutze diese Chance, ich weiß nicht, wie lange der Preis noch existiert, schau mal in die Videobeschreibung, dort befindet sich der Link. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem oder anderen Videos wiedersehen können.